Okay, und dann sind wir wieder zu Stardew Valley im Sommer des zweiten Jahres. Wir sind bis zwei Uhr in der Mine geblieben, deshalb ist das Inventar jetzt noch so voll. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zu erledigen. Wir müssen das Blaubeerfeld fertig kriegen. Ansonsten, jetzt müssen wir mal gerade gucken. Sommer, Herbst, Winter, 6 bis 19 Uhr am Strand. 6 bis 14 Uhr am Strand. Und, ja, dich kriegen wir im Moment nicht. Den Glasaugenbarsch, da müssen wir gucken, dass wir vielleicht den ein bisschen früher kriegen im Travelling Card. Aber ansonsten fehlen uns halt insgesamt die drei Sachen. Und beim schwarzen Brett fehlt uns der Mohn. Ähm, ja, wo gab's den nochmal? Moment. Mohn ist Sommer, okay, das heißt, das können wir auch so. Okay, da kriegen wir noch ein bisschen Freundschaft raus. Geister sind heute sehr glücklich. So, kommst manchen Leuten jetzt nämlich nahe, wenn du zeigen willst, desto mehr als nur freundschaftlich interessiert ist, musst du lieber einen Blumenstrauß geben. Ja, da bin ich mir immer noch nicht sicher. Emily gibt zu schenken uns ein Rezept. Okay, ja, und Joja zieht uns ab. Oh, die leckeren Kekse von Schnecki. Ach du Scheiße, was haben wir hier alles an Zeug drin? Oh, das ganze Iridium. Das Game ist extrem laut. Warte. Haben sich die Einstellungen schon wieder verschoben. Ich hab keine Zeit für S3. Wenn würde ich eigentlich mal die Kampagnen durchspielen? So, warte. Dreifacher Espresso. Und das müssen wir wieder auffüllen. Aber wir haben ja Geld und müssen nur etwa die Hälfte ausgeben für 1000 Blaubeersamen. Und ich bezweifle, dass wir die 1000 überhaupt brauchen. Aber ich glaub, bis Tag 2 oder Tag 3 können wir auch noch Blaubeeren nachpflanzen und sie erreichen ihre maximalen Ernten. Und ich habe die Kampagnen. Der Höhleneingang blüht praktisch. Ach, das ist auch einfach so ein Ding, dass du hier einfach überall dein Shit hinstellen kannst und es interessiert keine Sau. Also zumindest sagen, es nicht direkt im Laufweg steht. So, aber das meiste von dem Zeug hier ist noch gut, weil da halt so lange die Pflanzen drauf waren, weil es halt auch schön bewässert war alles. Ach, hier geht's. Ich bin ja schlau. Ja, das habe ich natürlich total toll geplant, dass das geht. Dann nehmen wir zumindest die zwei wieder mit. Dann verschwenden wir halt hier eine Reihe, ist halt okay. Ich rechne aber damit, dass wir heute an dem Tag nicht mehr viel geschafft kriegen, außer halt jetzt die Pflanzen zu setzen, aber das ist okay. So, wie sieht denn die Geburtstagen aus? Jazz, das sollten wir nutzen. Das müssen wir auf jeden Fall nutzen. Wir haben Jazz total vernachlässigt. Sie ist auch gefühlt irgendwie nie da. So, danach kommt Gas. Gas mag einen Diamanten, Maru mag eine Erdbeere. Ja, ich mag die, was die alles mag. Das ist das Luau? Äh, was muss man beim Luau nochmal mitbringen? Ich glaube, da kann man einfach einen goldenen Käse reinschmeißen, ne? Ja, das erlägt. Quarz. Haben wir Quarz dabei? Ja. Das können wir direkt erledigen. So, das. Komm, wir kaufen direkt mal ein bisschen mehr, Moon. Ähm, und ja, was davon war für den Hoopnich am besten? Im Sommer, also es war ja wieder eine andere Blume, aber ich weiß es gerade nicht. Im Sommer ist es... Poppy. Und das ist ja für... Ist ja Moon. Ja. Okay, das passt perfekt. So, wo ist Kent? Steht ja meistens... Genau, er steht immer da unten. Okay. So, hier haben wir noch gut Geld für die Kaffeesucht am Ende und für Munition. Warte, Mun müssen wir setzen. Das ist dezent wichtig. So, ich glaube, der Honig wird erst festgelegt, was das für eine Art ist, wenn... Wenn, ähm... Super, jetzt ist da schon wieder die Rare Crow abgehören. Ich glaube, das wird erst festgelegt, wenn man es erntet. Aber ich glaube, es lohnt sich nicht, den jetzt trotzdem... Den jetzt, äh, da warten zu lassen. Hm? Okay. Ähm? Oh. Oh. Ähm? 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 Wow. So, Boom, hier und hier Artefaktspots. Uh, Teleport-Totem. Sag ich nicht Nein zu? So, also es könnte hinhauen in dem Tempo, was wir jetzt gerade drauf haben. Oh, Terraforming gibt es nicht, um den Tempo zuzumachen, ne? Ne. Ne, der Tempo erfüllt ja auch eine wichtige Funktion, so ist es ja nicht. Die Tempo erfüllt ja auch nicht, um den Tempo zuzumachen. So, wir müssen den Rest hier auf jeden Fall noch irgendwie voll kriegen mit den Iridium-Sprenglern. Das heißt, jeden Freitag Zug Robus und, äh, wir brauchen mehr Batterien. Oh, wir müssen auch wieder eine Quest annehmen beim Dings, ne? Beim schwarzen Brett. Da hab ich was vergessen. Na, komm. Na, komm. Hier auch. Aber wir haben jetzt nicht mal die Hälfte der Samen verbraucht. Das ist eigentlich schon ein bisschen schwach. Es gibt ein paar Maps, die man sich aussuchen kann. Und du kannst halt schon relativ viel auch beeinflussen. Also, so ist es nicht. Also, auf die paar Pfeils, da kommt es nicht an. Alles in diesem Spiel ist super profitabel. Untertitelung des ZDF. So, mal gucken, wann wir angeln. Am besten natürlich an einem Tag, wo wir nicht so viel Glück haben, dass es sich nicht lohnen würde, in die Schädelhöhle zu gehen. So, ich muss ja sagen, es wäre schon verlockend, jetzt hier noch irgendwie die Pflanzen zu besetzen, einfach und dann selber zu gießen. Aber die Zeit habe ich eigentlich nicht. Also nicht an den anderen Tagen. Also wir haben noch einiges vor uns, wenn wir wollen, dass... Ja, also wir haben jetzt nicht mal die Hälfte der Samen verbraucht. Ist eigentlich schade, aber gut. Wir müssen mal gucken, ob wir noch in die Abenteurer-Gilde können. Das und den dreifachen Espresso. Wir müssen unsere Kaffeesucht finanzieren. Sieht eigentlich essenstechnisch aus bei uns. Ach ja, wir haben so viel dabei hier. Den Rotkohl können wir eigentlich auch einfach mal pflanzen. So, dann kaufen wir Shane gerade eine Pizza. Oh. 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 Hi, Clint. Willst du mich etwas Gesetzeschaft leisten? Ja, okay. Ich habe furchtbares Pech mit Frauen. Hm. Ich bin ein netter Kerl. Oh nein. Ja, ähm. Die Mädchen scheinen dich alle zu mögen, Smiddy. Ja, gut. Ich verschenke dir auch Diamanten und so. So, irgendwelche Tipps. Ähm. Er wird mit keinem dieser Ratschläge gut umgehen. Ähm. Das macht er schon. Das macht er schon. Das wird er falsch auffassen. Das wird er wahrscheinlich auch falsch auffassen. Okay. Ja. Ja. Okay, Shane kriegt einfach das riesigste Bier der Welt. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten über die Hühner? Oh, Kontinuität. So, pass auf. Eine Pizza für Shane. Ja, komm, wir gehen auf 60. Woher wusstest du, dass ich sowas mag? Hm. Er ist auch schon bei 5? Wow. Wir haben es geschafft, dass wir bei 5, äh, 18 mit ihm sind. Komm, wir schenken ihm gerade mal Jade. Ich weiß echt jetzt gerade gar nicht, wohin Clint's Plotline führt. So, gefrorene Träne. So, ich habe, glaube ich, gerade leider nichts für Lines dabei. Bleiben die Verkaufsweise immer dieselben. Die bleiben immer gleich. Na super, ich bin jetzt natürlich genau zu spät gekommen. Also, ich weiß, dass die, also ein paar Preise enden. Sie erinnern sich, wenn du ins zweite Jahr kommst. Das sind, okay, das sind 10. Das heißt, wir brauchen nochmal 50 Gold. Aber ansonsten ist da nichts mit Angebot und Nachfrage. Es gibt eine Mod, die würde ich vielleicht auch installieren, wenn wir irgendwann mal Stardew Valley Expanded spielen, dass du auch Steuern zahlen musst und so. Und die skalieren dann auch mit den ganzen Springlern, die du hast. Das heißt, praktisch die Wasserrechnung. Ich finde jetzt hier gerade nichts, was ich, äh... Ja, dann tue ich es in den, äh, ins Gewächshaus. Alles bei Anki ist, aber das kostet sich Zeit. Und die Zeit kannst du sinnvoller nutzen. Okay, wir müssen morgen wieder das Obst ernten. Das Pferd hätte man natürlich auch mal mitnehmen können. Ich vergesse immer, dass wir das haben. Ähm, das, das... Pilz. Wobei der violette Pilz, sie mag, ähm... Sie mag jeder Zauberer. Holz, Hartholz. Ja, Solarpanel brauchen wir... Goldbahn, Eisenbahn und verfeinerter Quarz. Haben wir alles, uns fehlt nur das Rezept. Wir müssen morgen auf jeden Fall nach den, ähm... Nach den Sachen gucken. Nach dem schwarzen Brett. Viel prismatische Schärfe setze ich 6, wenn ich jetzt noch wüsste, wo. Takt sei. So, Takt sei. Okay, die Geister sind heute leicht verstört, also kein guter Tag für die Schädelhülle. Wir müssen Kaffee kochen. Ganz ehrlich, ich kann euch das ganze Zeug da drin sammeln lassen. Interessieren würde mich eigentlich viel mehr Milch für Kinder. What the fuck? Wie lange laufen die denn schon voll? Die Tiere können doch nicht schon alle erwachsen, die sind doch nicht alle erwachsen, oder doch? Ein Monat? Warte, weil die Jahreszeit gewechselt hat? Sind die deswegen so schnell groß geworden? Mehr Kaffee, ja definitiv, mehr Kaffee für den Kaffeegott. Was haben wir hier? Ähm, ja, wichtiges Zeug. Wie lange braucht die Käsepresse? 2 Stunden 40, okay. Die beiden Stacks da können weg. Das ist noch zu früh zum Angeln. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Käsepressen, glaube ich. Was, was brauchen wir für Käsepressen? Wir brauchen die Erdk- Neon. Ach, Tolls. Ja, dann sollten wir vielleicht nochmal in den... Wobei, wir könnten auch die Mahagoni-Bäume fällen. Wir müssen gar nicht in die Shaded Woods. Nicht Shaded Woods, ähm. Wo habe ich Shaded Woods? Ja, die Sequel Woods. Shaded Woods waren woanders. Shaded Woods waren Dark Souls. Wenn man Stardew, Valley und Dark Souls verwechselt, dann ist schon irgendwas nicht richtig. 1000 Steine? Ähm, ja. Ist hier... Rotbarbe. Warte, ist das der eine Fisch, den wir brauchen? Ne, es ist Riffbarsch. FFWD, danke fürs Abo. Ich spiele jetzt gerade nicht Dark Souls 2. Nein. Ähm. Ja, die Rotbarbe. Wo fängt man die? Kriegen wir die vielleicht, wenn wir gleich angeln? Nebenbei. Im Sommer und im Winter im Ozean. Okay, dann würde ich sogar fast sagen, nehmen wir den Auftrag. Beim guten Demetrius. So, ganz ehrlich, wir haben so viel Iridium, dass wir das auch gleich einfach Klint schenken können. Er liebt das Zeug, ja. Okay, er hat noch nicht auf. Ähm. Wieso muss man nicht überall hängen bleiben mit dem Pferd? Traktor Mod, wenn... Ja, von der Traktor Mod war ich bis jetzt nicht so begeistert von. Die finde ich irgendwie doch etwas invasiv. Nur Fasern. Und ich kann sie nicht wegschmeißen, weil Fasern einfach zu wertvoll sind. Ich habe letztes Jahr, als wir soweit kamen, echt bereut, dass wir die ganzen Fasern immer weggeschmissen haben. Ich glaube, da funktioniert der Traktor nicht sogar mit äh, praktisch auf der Grundlage von der ganzen Funktionalität, die die Pferde haben. Nur, dass du halt mit dem Traktor halt sagen kannst, ich fahre über die ganzen Sachen drüber. Margonisamen, ja. Sollten wir auf jeden Fall eine März pflanzen. Margonis. Dar Najaçõeshän? Untertitelung des ZDF, 2020 So, einmal einpflanzen. War das ein Base-Game, wo die kein App für... Du meinst die Junimos? Ja, das ist ein Base-Game. Das kannst du auch hier machen. So, dann machen wir nochmal zwei Käsepressen, wo auch immer wir die hier packen wollen. Ja, komm, machen wir die hier hin. Hier einfach vor dem Eingang rumbein. Ja, hier ist ja der Zaun. Eigentlich bräuchten wir mal ein richtiges Gehege. Wir müssten eigentlich mal hier irgendwo ein Gehege bauen. Bin ich, aber ich sage dir mal zu faul zu. Das ist ja richtig... Dann können die nämlich auch richtig... Dann kannst du denen auch richtig Gras zum Futtern geben. Das bevorzugen die eigentlich. Hoch. So, aquatische Überbevölkerung. Ja. Zehn von denen. Ja, zum Beispiel haben wir auch die Wild Bait. Wobei wir davon auch mal bei Zeiten mehr craften müssen. Dann brauchst du das Gehege für die Tiere. Ich habe das Gefühl, ihr werdet mich wahrscheinlich jetzt nicht in Ruhe lassen, bis ich es tue, oder? Glasscherben. Penny und der Zwerg mögen Glasscherben. Warum auch immer. Sonst kommt Peter. Ach, komm, Peter tötet mehr Tiere als alle anderen. Kugelfisch, das... Okay, wir haben zwei Fische hier, die wir noch nicht haben. Die meisten der Shelter, die Peter betreiben, das sind Kill-Shelter. Okay. Müssen wir vielleicht mal ein paar Favoriten noch setzen. Zäune, sie haben ja gar keinen Widerstand. Sie können ja frei rumlaufen. Muss es nur irgendwie hinkriegen, man konnte irgendwie... Es gab, dass man das Gras so pflanzen konnte, dass die Tiere nicht dran kamen, aber sich immer neu ausbreiten konnte. Es gab ein paar Items, wo du runter durch das Gras besetzen konntest. Das musste ich halt nachgucken. Kugelfische sind erstaunlich schwer zu kriegen, stelle ich fest. Okay, ja, Demetrius hatte recht. Der Bestand ist zu hoch. Wir fischen nichts anderes gerade. Aber ist das überhaupt der richtige Fisch? Ja. Aber ich glaube, die, die wir doppelt kriegen, zählen, glaube ich, nicht. Also dafür, dass die Chance auf Kugelfisch angeblich 21% ist, dominieren gerade die Rotbarben. Und Thunfisch. Und Thunfisch. Aber den hatten wir schon. Was war ich mit dem legendären Fisch im Sommer? Jetzt muss ich gleich auch mal schauen, wann wir den fangen können. Ob der auch bestimmte, also wenn er bestimmte Tageszeiten braucht, beziehungsweise zum Beispiel auch viel Erregen braucht, wie der Legend. Legendary Fisch. Glacierfisch haben wir, meine ich. Das ist ja der Winterfisch. Das ist der einzige, der uns fehlt. Okay, warte. Der kann sogar immer. Wir sind nur gerade an der falschen Stelle. Aber Glacierfisch haben wir. Den haben wir. Legend haben wir. Den haben wir. Das heißt, uns fehlt nur einer von den legendären. Krass. Aber hier wird der gerade nicht angezeigt. Wow. Ich glaube, das war er. Ich glaube, das da ist der mit 18 Prozent. Den müssen wir auch eigentlich gezielt versuchen zu fangen. Fallenfisch-Köder. Die brauchen wir dafür. Andernfalls können wir das vergessen. Also auch für den, äh, für den, äh, für den, äh, Kugelfisch. Also davon müssen wir vielleicht mal welche vorbereiten, dass wir die immer dabei haben. Ich meine, wir haben ja jetzt Inventarplatz. Ist ja alles kein Thema. ZEIGER ZEIGER Boah, wir haben sogar ein Iridium hier. Ähm. Pass auf, wir brauchen Kupfer. Und was braucht der denn noch für den Angelhaken? Hach. Ey, das ist das eine, wovon wir irgendwie nicht, äh, dass wir nicht loswerden. Also ja. Geben wir nämlich mal gerade noch, ähm, die... ...die Sachen, hier den Kupfer im Auftrag. Den Kupfer vor allem. So, eine Kohle behalten wir, dass der Slot geblockt bleibt. Okay, 20 Minuten, dann warten wir gerade noch. Dann gehen wir doch noch mal angeln. Den Kugelfisch kriegen wir jetzt nicht mehr, aber die Rotbaden, das können wir schon mal erfüllen. So. Wait, so. Ach, warte, das können wir nicht stapeln, ne? Das können wir nicht stapeln, ne? Das können wir nicht stapeln. Das können wir nicht stapeln. So. Okay, so. 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 Ich glaube, wir kommen allein wegen der Schweine schon nicht drum rum, die Sachen umzuverlegen. Ja, 999 Stapelplatz, ja schon geil. So, Matrosenteller, ganz ehrlich. Terraria hatte ja lange Zeit 999 und sind jetzt hier, glaube ich, bei Baublöcken schon hochgegangen auf 9999, weil es einfach immer noch krampfig war. So, der hier ist aber auch, glaube ich, generell einfacher, weil der, glaube ich, nur Fishing Level 5 braucht. So, Purpur-Fisch. Damit haben wir alle legendären Fische. Okay, hier kriegen wir aber gerade nichts mehr raus. Okay, damit kann man nichts machen. Sammel einen Tag, nur Müll für 1000. Ich meine, ich kann mal die Mülleimer checken. Vielleicht kriegen wir ja mal den Müllhut. Okay, Kent hat das nicht gesehen. So, Jazz hat übermorgen. Wir müssen noch Dings, wir müssen noch, ähm... Wir müssen noch Dings hier, ne? Und so, die, äh, die... Obstbäume. Die müssen wir ernten. Mehr Schaumpudding. Fisch-Tarko will Thunfisch. Fisch-Tarko will Thunfisch. Fisch-Tarko will Thunfisch. Fisch-Tarko will Thunfisch. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich denke mal, eine Fuhre Wein werden wir vielleicht sogar noch hinkriegen, wenn gerade nichts in Arbeit ist. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass Energie im Prinzip so sinnlos wird. Warte, wir müssen eins hier vorne reinmachen. Weil gerade wenn du anfängst mit Springen zu arbeiten, das was am meisten Energie gezogen hat, war eigentlich halt immer das Gießen. Wenn du das halt einmal backautomatisiert hast, dann kostet dich fast nichts mehr Energie und dann kommt ja noch dazu, dass alle Tätigkeiten im Laufe des Spiels auch weniger Energie verbrauchen, weil dein Skill besser wird. Ja, Subnautica freue ich mich auch noch sehr drauf. Wer mag Kekse? Okay, mögen tun das glaube ich alle. Jetzt habe ich Clint gar nicht den Barren geschenkt. Geister sind heute sehr glücklich. Schreit eigentlich danach, dass man in die Wüste geht, aber wir haben keine Bomben. Was wir zumindest sagen können, ist, dass Käse für Käse ist gesorgt. So, wir müssen jetzt gucken, was mit dem Brunnen, wo wir den hinpacken können. Ansonsten würde ich sagen, wir machen heute das mit dem, äh, mit, äh, dem Dings, ne? Und so, dass wir zu Robin gehen und die Sachen umtauschen und wir müssen in Munition investieren. Also, im Bett für zwei bist du aber alleine. Ja, Future Proofing nennt man das. So, wann hat die Abenteuer, die Abenteuergelder macht, glaube ich, erst mit zwei auf, ne? Wie kommt man auch nur auf die Idee, dass man vor zwei Uhr irgendwie sich ausrüsten möchte? Linus. Er mag den Matrosenteller. Aber der ist leider viel zu aufwendig zu machen. Du machst auch erst im Neuen auf. Er mag den Matrosenteller. So, ich muss bestimmt noch zu Demetrius dann, ne? Oder ist das dann egal? Ich glaube, ich muss sie auch nur fangen. Ich muss sie eben nicht abliefern. So. So, wir wollen ein Gebäude bewegen. Bewegen kostet ja nix. So, das ist okay. Dann können wir nicht unsere ganzen Maschinen vielleicht hinbewegen und einen zusätzlichen Schuppen bauen. 300 Tots, 15.000 G. Ne Mühle bräuchten wir auch noch. Jetzt müssen wir uns ein bisschen Stoff zur Seite legen. Die Nacht in der Höhle verbringen, ist aber sinnlos. Jetzt sieht das halt aus, als hätten wir hier ein riesiges Loch reingeschlagen. Hm? Okay. Wow, ist das überhaupt nicht nervig, wenn man die Sachen entweder einzeln oder in einem halben Stack rausnehmen muss. Ich muss mal gerade schauen... Grass Starter... Ein Zaun oder eine Lightning Rod kann da drauf platziert werden. Die Lightning Rods brauchen wir sowieso noch mehr. Natürlich findet er genau jetzt da einen Trüffel. Okay, jetzt können wir nichts mehr hier machen. Ich sag mal so, ich find Stardew Value schon heftig genug, ohne dass ich noch ständig Sachen tun soll, die jetzt gar nicht in meinen Zeitplan passen. Also das ist halt leider so ein Spiel, wenn du da eine ruhige Minute hast, dann hast du was falsch gemacht. Ich bin froh, wenn die ganzen Tiere auf jeden Fall ab morgen nicht mehr ständig hier rumlaufen. So, mal gucken, ob die Mühle später noch hier anpasst. So, Grass Starter gibt's von Monsieur Pierre. So, und Pierre? Besuchen wir mal kurz. Ich denke mal so vier Grass Starter sollten wir mal uns aufbewahren. Ach, Mittwoch ist Ruhetag. Fick dich, Pierre! Es ist Sonntag, könnte ich für alles verstehen. Nein, ich will das Trüffelöl nicht trinken, ich will es ihm schenken. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir anfangen, ein bisschen Stoff uns zur Seite zu legen. Ich hab das nicht schon getan, aber ich glaube nicht. Ne, leider nicht. Dann räumen wir da unten mal ein bisschen auf. So, auf zur Abenteurer-Gilde. Ah, sind die Türen noch offen? Ja, okay, das sieht man nur nicht gut. Dann räumen wir nach, oder? Das ist gut. Na, das ist ein wenig, das ist ein wenig, das ist ein wenig, das ist ein wenig. So, Explosivmunition. So, morgen können wir auch nicht in die Mine gehen, weil morgen ist auf jeden Fall Jazzgeburtstag. Das heißt, die braucht ein Geschenk. Pinke Torte, magischer Bonbon, warte, nee, jetzt ist der Berger weiter leckerbissen. Wenn wir nicht gerade eine Hasenfote haben, müssen wir ihr eine prismatische Scherbe geben. Was hatte Kobus am Mittwoch? Hatte er da auch nicht irgendwas Spannendes? Ich weiß, freitags hat er den Iridium Sprenkler. Zepter der Rückkehr, das wollen wir auch noch irgendwann haben, ja. Natürlich, so ein Pferd kommt, also kennt man ja, ne, so ein Pferd, das kommt nicht durch Sachen durch, wo ein Mensch locker durchpasst. Es passt. Hm? Mhm. 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 So, dass ich den scheiß Fisch nie wieder fangen muss. Sie haben tatsächlich Angst vor engen Durchgingen. Okay. Ja gut, wenn sie sich nicht umdrehen können wahrscheinlich, ne? Hä? Moment, wofür brauchte ich den? Ich meine, ich hatte ihn noch nicht, aber... Riffbarsch, Sommer, Strand, hatte ich den schon? Wer sitzt? Null davon. Okay, 6 bis 14 Uhr, da sind wir schon vorbei. Riffbarsch, ne, wir hatten die noch nicht gefangen, aber ich sehe den jetzt auch gerade hier nicht. Das ist ne Rotbar, aber ich meine, die brauchen wir auch noch, aber ich sehe gerade hier den Riffbarsch nicht. Oder ist er auf der anderen Seite? Das ist Fluchtidee, ich wollte mir was lauern, ja gut. So. So, ich weiß nicht, ob mir das irgendwas anderes bringt, aber viel besser waren die Quests ja nicht mehr. So, wo haben wir denn mal hier Ziegenkäse für Madame? Hä, wieso, wieso stimmt das nicht, was hier steht? 6 bis 9 Uhr, Wetter regnerisch. Och, warte, es muss regnen. Das habe ich komplett übergangen hier. Und das andere ist, da müssen wir früher kommen. Wofür brauchten wir denn jetzt noch den Kugelfisch? Für gar nichts? Anscheinend für gar nichts, ne? Oh, ja. Also, ich weiß nicht, wie es steht. So, es ist noch zu früh zum Schlafen gehen. Not gonna lie. Äh, wir wollen ja schon mal ein paar Finger craften. Eisenbahnverfeinerter Quarz- und Fledermausflügel. Warum haben wir mal Fledermausflügel dafür braucht? So, pass auf, wir stellen die einfach jetzt erstmal hier hin. Etwas gut breitet sich das Gras ja sogar von selber aus. Soterisch könnte man den Brunnen noch dahin verlegen, das sollten wir vielleicht auch tun. Einfach, dass die nicht ganz so wild hier durchlaufen. So, wie sieht's aus? Wie viel? Okay, 643. Okay, das ist richtig. Willkommen zurück, Creative. So, wie viel prismatische Scherben haben wir noch? Wo hab ich dich hingepackt? Hier. Alles klar. So, ich hab eigentlich alles, was ich haben will, ne, für heute. Hier sind alle schlafen gegangen. So, wenn der Brunnen da hinpasst, dann können wir die Käsepressen hier hin tun. Die Einmachgefäße. Wie viel brauchen wir? Was machen wir für die? Ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht optimal, aber ich möchte, also wir müssen sowieso Gelief noch züchten und hier den geeiserten Fischleich und Ingwer. Also ich glaub, das müssen wir alles noch machen. Das heißt, einen von den Dingern möchte ich gerne daraus haben. Dafür benötigen wir Holz, Kohle und Stein von Kohle. Ohhhh. Mal 68. Scheiße, das ist teuer. Das ist extrem teuer. Not gonna lie. Ich meine, Holzfällen geht ja jetzt sowieso schnell. Im Zweifel können wir auch immer noch Geld investieren. Wenn für die Kohle, die Kohle müssen wir einkaufen, da haben wir keine Wahl. Also so viel Kohle kriegen wir nicht aus den, äh, nicht raus. Vor allem nicht, wenn wir auch noch den Verbrauch mit einberechnen, den wir haben, um Meridium und Gold zu schmelzen. Einmachgefäße. Ja, es gibt irgendwie Wörter, wenn man genauer drüber nachdenkt. Also ich will auch, damit flashst du ja, äh, zum Beispiel gerade im englischsprachigen Bereich Leute, wenn, wenn du ihnen vom Wort Nacktschnecke erzählst. Weil es macht voll Sinn. Aber es ist trotzdem weird, wenn du gewohnt bist, dass du halt in Snail und Slugs unterscheidest. Oder du hast einen Schuh und du hast daneben noch den Handschuh. Also manchmal ist, äh, ist Deutsch doch sehr straightforward, was die Begriffe angeht. Und dann kriegen wir ja diese N-Lang-Wörter hin. Wieso, du kannst ja einfach deutsche Wörter beliebig aneinander rein, das ist ja... Da ist ja der Kreativität keine Grenze gesetzt. Uh, Hartholz. ZEG1 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 Alt Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, Sammelnstufe 10. Gesammelte Gegenstände haben immer die höchste Qualität. Definitiv. Alleinschuh fürs Inventarmanagement. Absoluter Segen. Bezug an der Unkraut hat Schaden auf deinem Hof angerichtet. Wo? So, Linus hat mich gefunden. So, und da mümmeln sie das Zeug weg. Angst vor langen Wörtern. Ich meine, wir könnten natürlich auch nochmal die Dust Spites farmen. Also mit Monstermask und so. Ähm, was kostet uns Monstermask nochmal? Ähm, ja, wo ist es? Wird ich jetzt blöd? Käfersteak. Monstermoschus, da. 30 Federmausflügel und, äh, 30 Schleim. Müssen gleich auch mal Fledermausflügel gezielt wieder farmen. Boah, ich werde nicht mal versuchen, das Wort auszusprechen. Fünf Tage in zehn Tagen. Zum Ende des Videos wird das hier alles gewachsen sein. So, wir gehen zum Strand. Wir versuchen zumindest mal den einen Fisch zu kriegen. Boah, das ist so gut. Guck es dir an. Vincent liebt Weintrauben. Und Sandy liebt... Okay. Ist natürlich nice, wenn die jetzt immer, immer Iridium-Qualität haben. Dann sind die natürlich nochmal wesentlich effektiver als Geschenke. Was mag er? Jetzt fehlen zwei Fische hier. Oh, okay. Kauhe, ich hände. Kauhe, ich hände. Kauhe, ich hände. Mehr Schaumpudding haben wir aber schon, also wir haben zumindest die Plunder schon mal im Kühlschrank, hast du schon den Schrader zu City Skylines 2 gesehen? Ich weiß, dass es ihn gibt, aber to be honest, City Skylines, also ich meine ja, es erfüllt die Städtebau-Fantasie irgendwo, aber es lebt auch einzig und allein davon, dass es keine Konkurrenz mehr gibt. Und es ist halt leider auch nicht ein Beispiel dafür, wie schlecht Paradox mit den Spielen umge- die sie nicht, also vor allem die, die sie nicht selber produzieren, sondern diese nur selber publischen. Drogenkirchern Drogenkirchern Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hätte nichts dagegen, mal einen von den zwei Fischen da zu kriegen. Und Barsch. Genau, den brauchten wir für das Gemeinschaftszentrum. Jetzt haben wir noch eine 10% Chance jedes Mal, dass wir den anderen Fisch da kriegen, der uns fehlt. Das ist der Grund. Gib mir endlich den einen Fisch, verdammt. Angst von einer Ente angestarrt zu werden, ja. Ja. Ja, ich weiß, da ist ein Fishing-Spot, aber sei es drum. Ich werde da verschwinden, bis ich da bin. Angelgerät ist kaputt. Moment. 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 Also hier drüben habe ich jetzt aber gerade keine Chance mit in einem Tisch zu fangen, stelle ich fest. Aber die Zeit ist ja nicht abgelaufen. 14 Uhr hieß es. Da wäre ich jetzt total dumm. 6 bis 14 Uhr. Strand. Warte, da ist Jazz. So, jetzt nicht die falschen Dinger verschenken. Vincent? Nein, ich will die Weintraube nicht essen. Ich will sie Vincent schenken. Das ist grandios. Oh, wir können sich nicht alle so freuen, wenn man ihnen eine Weintraube schenkt. Oh, so, du bist jetzt direkt bei 4 Herzen. Nachdem ich Vincent bis jetzt immer nur auf 3 Herzen gekriegt habe. Die Edelwecke. Kann man damit irgendwas Sinnvolles tun? Sommersaat herstellen. Würzbeere, Edelwecke und Weintraube. Wir müssen es einmal herstellen. Legt hier vielleicht irgendwo was rum? Weintrauben machen Spaß. Das klingt nach... Jetzt hättest du da... Geschichten zu erzählen. Uns fehlen einfach insgesamt noch 3 Items für das Community Center. Das ist alles voll. Dann könnten wir Ginger Island freischalten. So, eine Gewürzbeere. Hallo, Linus. Hallo, Abigail. Warte, für dich haben wir... Warte, für dich haben wir... So, mehr Holz. So, wilde Saats haben wir hergestellt. So, is das gut. So, ich würde ja versuchen, noch ein paar Sachen zu verlegen, aber es geht nicht, wenn Robin nicht an ihrem Posten ist. Also, dass man nicht die Gebäude verschieben kann, während sie was baut, das ist manchmal echt so ein uncooles Ding. Qualitätsdünger, Fisch plus Harz, das tut mir vielleicht auch, aber das ist so ein allgemeines Craftingrezept, das kommt in so vielen Beschreibungen vor. Habe ich das schon gecraftet? Nein, das machen wir auch mal gerade. Fischtaco haben wir das. Rotkohl, den brauchen wir noch dafür. Und Tortilla. So, Tonfische haben wir aber schon. Markirolle, Reis, Seetang. Ganz ehrlich, die ganzen Kochsachen will ich eigentlich erst, äh, erst rausnehmen, wenn, äh, wenn wir halt, ähm, ja, ja, zwei endet, weil erst dann können wir alle Rezepte haben. Also wirklich viel früher bringt das eigentlich nichts. Wusstet ihr, dass Ritalin voll scheiße schmeckt? Ähm, sollst es ja wahrscheinlich aber auch einfach nur runterschlucken, oder? Sag mal so, wenn es in die Süßigkeiten stecken würde, dann, ähm, dann würden es wahrscheinlich, äh, auch, äh, dann würde es man wahrscheinlich auch in einer höheren Dosis nehmen, als, äh, man soll. So, alle Bäume sind mir. Ich warte mehr darauf, dass der Baum umkippt, als alles andere. Wollt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, Weintrauben sollten wir vielleicht in Zukunft mal behalten in die Redium-Qualität. Einfach für Vincent. Er scheint die ja total toll zu finden. Er scheint die ja total toll zu finden. Wir hätten mal Gras-Stachter kaufen müssen. So, ich würde sagen, Samstag gucken wir, dass wir in die Schädelhöhle gehen. Weil morgen müssen wir das Travelling-Card checken. So, ich würde sagen, dass wir in die Schädelhöhle gehen, dass wir in die Schädelhöhle gehen. So, ich würde sagen, wir können uns nicht mehr schüttzen. Habe ich von der Homöopathie gelernt? Gleiches im Gleichen bekämpfen. Zweite Tabletten neutralisieren sich gegenseitig. What? Ihn einzelnen Baum hätten sie mit mir die Inseite ruhig stehen lassen können. Nein, die Bäume müssen alle sterben, damit sie zu Fässern und zu Einmachgefäßen und was weiß ich alles in meinem Haus werden können. Spinny, kennst du Homöopathie nicht? Doch! Ah, und da ist auch schon alles vorbei mit... also Robin hat das Ding gebaut, sehr schön. Wir können uns halt nicht leisten, es zu bestücken. Äh, hatte ich nicht die... hatte ich nicht das eine Ding extra... ach, ich hab... ja, ich hab's vertickt vorhin, ne? Shit, das war ja für Sandy. Ähm, wo haben wir... ein bisschen Pflasterstein hier. Also auf der Logik davon müssten, äh, müssten zwei Tabletten gleich null Tabletten sein. Ja, also dann mach's doch wie, äh, wie, 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 wie... wie heißt der... der War Machine im ersten Iron Man gespielt hat. Also bevor er War Machine drin durfte. Den sie danach rausgeschmissen haben. Wie hieß der nochmal? Terence Howard. Der hat doch irgendwie ein komplettes, äh, eine komplette Arbeit darüber geschrieben, dass wie eins gleich null ist oder so. Dunkler... ja, also dunkler Thron, das, äh, das, äh, sollte man immer haben. Süße Edelsteinbeere wächst im Herbst. Ich glaub, brauchen wir die nicht sogar nochmal zum Verticken? Kannst du auch noch Bäume oder fällst du die nur? Außer bei einer Farm fälle ich die nur. Die wachsen von alleine nach. Hier muss ich halt gucken, dass ich einigermaßen nicht drum kümmere, dass ich selber nachblanze. Also... Ahhhh... 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 So, hier haben wir Sternfrucht. Wenn du so viele Bäume, äh, 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 fälst und so wenig pflanzt, dann greifen wir die irgendwann an. Das ist ein anderes Spiel, was du meinst. Das müsste ich eigentlich auch nochmal spielen, aber ich fand bei, äh, bei Don't Star, ehrlich gesagt, die Langzeitmotivation hat da immer so ein bisschen gefehlt. Das ist aber bestimmt die ganzen Teile... Man kann dazu was Gehege zumal machen. Welches Gehege? Die dürfen auf der ganzen Farm rumlaufen. Die dürfen halt nur nicht auf das Feld. Ansonsten dürfen die Tiere überall hingehen. Warte, 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 wir müssen wissen, ob Geburtstag, okay, erst am 8. Und wie, da ist das, da hat Gas. Wow, Gasbündelrezept, das sollten wir vielleicht mal kaufen, aber ansonsten will ich eigentlich nur das hier gerade haben. Reis! Gut, dann müssen wir das nicht selber anbauen. Milchreis kostet Reis plus Tierprodukt plus Zucker. Und dann haben wir hier Mango, Reis und Kokosnuss. Warte, den Zucker können wir gerade kaufen. Mhm. 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 Wow, es hat sogar eine, sogar eine, ähm, Eichel runtergeschmissen. Mhm. 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 So. So, und hier. So, Tierprodukt. Ist ja eigentlich alles Zigarette Tierprodukt. Wir haben einen KKNB. Wir haben gar nicht das Rezept für Milchreis. Oh, ein Hacking durchgespielt. So, pass auf, wir kommen mit Dings zurück, mit Stoff und dann können wir die Mühle bauen lassen. Rote Betelsaat. Ganz ehrlich, wenn wir Ginger Island haben, dann können wir sowieso alles zu jeder Zeit anbauen. Linus mag die gerne. Und Samly-Kaktusfrüchte. Und die Alpheridium-Qualität ist schon geil. Ähm, pass auf, Sammlung. Wie sieht's denn aus mit Artefakten? Ich stehe leider nicht was, wo wir die Sachen am ehesten herkriegen, ne? Es fehlen noch drei Mineralien. Es fehlen noch drei, vier, fünf, sechs Artefakte. Ich weiß gar nicht, ob wir die, ob wir die nicht, äh, erst auf Ginger Island sogar kriegen. Ich glaube, die, äh, Dinger hier könnte ich auch, äh, fällen. Sieben Ebene. Jetzt wäre es jetzt, wenn ich jetzt, wo ich praktisch nur den halben Tag habe, es schaffe, dass ich, äh, auf Ebene 100 komme. Ohne Treppen und so. Ich dachte, da gerade für einen Moment wäre, da wäre einer erschienen. Ich weiß gar nicht, können Löcher überhaupt erscheinen, wenn man Gegner tötet? Ich weiß gar nicht, dass ich, äh, auf dem Moment wäre, da wäre ich nicht, äh, auf dem Moment wäre, da wäre ich nicht, äh, auf dem Moment wäre, da wäre ich nicht. Wenn der ADHS-Mod, die ADHS, wie, man, wie soll, soll die ADHS simulieren? Also, wie würde sich ADHS, äh, spielerisch äußern? Ich muss auch sagen, äh, Spiele aus neurodiverser Sicht sind also auch schwierig, finde ich. Wenn ich könnte, wenn ich könnte, äh, ein Spiel über den Blickwinkel eines Autisten machen, aber das wäre, würde halt eigentlich davon abhängen, dass man weiß, wie es halt für neurotypische Menschen ist. Jetzt darf ich das, äh, jetzt darf ich das Zeug da liegen lassen, shit. Erd-Ovalisk, Mayonnaise-Maschine. Wie kann es sein, dass jetzt schon wieder mein Inventar voll ist? Ich weiß nicht, wie kann es sein, dass ich mich nicht, dass er leicht wird, wie ein Spiel über den Hintern addresses, weil es schief. Ich habe einenšiel, der Sieg von der Stühle auf den Lachen ist, dass er nicht mehr zunimmt, ist, dass er nicht mehr zunimmt. Ja, ich bin dabei, der Sieg von der Thomasin aber auch nicht. Ich bin dabei, dass er auch schon wiederum, weil es sich verletzt hat, das geht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute immer so viel Ausdauer. Dafür kannst du in seltenem Fall einfach sehen, dass du bis auf den bestimmten Satz losbekommst und dafür dann unendlich ausdauerst. Ja, das klingt interessant für ein Merkmal bei Sims oder so. Wobei ich halt auch mich nicht... Also ich bin bei ADHS selber nicht so drin, aber ich glaube, es äußert sich auch nicht für jeden gleich. Also ich habe tatsächlich die Tage noch einen Post von jemandem gesehen, wo es halt darum ging, dass sein autistischer Sohn jetzt den Führerschein gemacht hat, nach irgendwie 20 Anläufen oder so. Und da haben sich auch viele gemeldet, die damit Probleme haben. Und ich meine, ja, ich hatte auch mal so meine Nervenprobleme während der Fahrstunden, aber ich habe meine beiden Prüfungen am Ende auf Anhieb geschafft. Also das war ein Problem, was mir erspart blieb. Das ganze Spiel ist einfach schon, um es auszunutzen und vernünftig sehen zu können. Das klingt nach Augenkrebs The Game. Das klingt nach Augenkrebs The Game. Natürlich jetzt, wo ich Stoff benötigen würde, droppt natürlich keines der Viecher was. Selbst wenn wir hier waren, wurden wir zugeschmissen mit dem Zeug. Mir wurde ja auch empfohlen, den Führerschein zu machen. Ähm, ja, was heißt empfohlen? Das kommt ja eher darauf an, ob du jemanden hast, der dir das finanziert, weil das ist ja nicht billig. Aber angesichts der Probleme, die du beschreibst, würde ich tatsächlich mal wagen zu behaupten, du wirst es wahrscheinlich nicht auf Anhieb schaffen. Wobei tatsächlich bei der theoretischen Prüfung fallen so viel ich weiß mehr Leute durch als bei der praktischen, weil die Leute die theoretische unterschätzen. Wie geht's denn mit dem Zeug? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und manche von den Fragen, die dir gestellt werden, können da schon... Ich glaube, eine hatte ich sogar am Ende falsch. Ich glaube, es war sogar eine fünf-Punkte-Frage. Da habe ich, glaube ich, sogar im Nachhinein... Also du kannst ja im Nachhinein gucken, welche du richtig und welche du falsch hattest. Und ich konnte die nicht, glaube ich, nicht mal im Nachhinein sagen, was da jetzt mein Fehler war. Wow, warte, das ist ein Kuchen. Die mag Jazz doch. Ganz ehrlich, Berge, warum, was soll ich mit diesem Totem ehrlich gesagt? Das ist eigentlich total lame, weil in die Berge komme ich doch mit den Minecarts problemlos. So, Hayley, Jazz, Marnie, Vincent. Das ist ein Kuchen. So, gib mir die Edelsteine. Wirkung lässt langsam nach. Ist das gut oder schlecht in dem Fall? So, Schatten ist ins. Ja, ich weiß, dass mein Inventar von Holz sich überlegt, was ich abgeben kann, verdammt. Ganz ehrlich, komm, Holz kriegen wir im Zweifel. Das ist ein Baum, was wir da haben. So, wie viel Kohle kriegen wir jetzt hier gerade? Auch nicht raus. Aber ganz ehrlich, mit dem Tempo hätten wir heute Level 100 erreichen können wir von Anfang an reingegangen werden. Eigentlich gut, aber die hauptsächliche Wirkung war, weil es dann kommt, Erschöpfung und Schmerzen. Boah, das war jetzt knapp. Das, oh, war das knapp. Wir haben erst zwei Stoff. Das, oh, war das knapp. Das, oh, war das knapp. So, gib mir Iridium. Oh, wir hätten heute nochmal einen Sprinkler kaufen können. Daran habe ich natürlich nicht gedacht. Teleport, Totem, Hof, warte. So, pass auf, wir haben nichts davon mehr im Besitz, ne? Na, komm her. Wo ist die? Alter, wie lang, wie lang muss die Liste sein? Ja. Ey, ich muss natürlich auch jede Scheißliste separat, also jedes Scheißding separat auflässt, ne? Jede Scheißfarbe. So. Äh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kugelfisch Sagst du mir natürlich jetzt, nachdem ich den, den ich hatte, vertickt habe, ne? Was ist ein Fuchs, der da mitten im Bett lag? Nein, eine Katze! Wobei Fuchs auch süß wäre und not gerne lei Oh, hallo! Ach stimmt, und jetzt sind die Trüffel ja auch immer Iridiumqualität Aber ich glaube, das macht beim Öl keinen Unterschied Und ich bin ein Fuchs, der da mitten im Bett ist, da ich bin ein Fuchs, der da mitten im Bett ist, So, das kann hier hin, Energie Tonicum, das ist halt einfach ein Full Heal, aber das ist eigentlich zu schade. So, das kann hier hin, Energie Tonicum, das kann hier hin, Energie Tonicum, das kann hier hin. Abigel liebt, äh, so was, aber wir brauchen keine Bomben. Golderz lohnt sich an diesem Punkt nicht mehr einzuschmelzen. Was interessant ist, sehr gut, das hier. Komm schon, kann Clint nicht zu einer normalen Zeit aufmachen wie 8 Uhr? Oh, der Langschläfer. Hallo, Mister, ich bin ein netter Kerl, wenn man mich nur kennenlernt. Mach die Tür auf. So, laden. Hier, die kannst du haben. So, ich schenk dir sogar noch ein Iridium-Barren, weil ich so nett bin. So, wer braucht nen Bus, wenn ich einfach teleportieren kann? Ja. Jetzt riecht ich schon wieder ein Leben, was soll denn das? So, Sandy liebt das, das soll sie bekommen. So, Sandy liebt das, das soll sie bekommen. So, ich schenk dir. Na komm her. So. Was ist denn, das ist echt schön. Man kann sich direkt zur nächsten Busfahrtstelle teleportieren, ohne laufen zu müssen. Generell wäre Teleportation einfach... Das ist einfach die weltverstörende Fähigkeit. Das und Materie-Energie-Umwandlung. Und die beiden, wenn man technologisch vorgeht, ist das glaube ich sogar noch ziemlich nah beieinander. Also wenn du das eine kannst, bist du wahrscheinlich auch noch ziemlich nah am anderen. Das war, das ist eine Scherbe. Ja, danke, aber ähm... Not gonna lie, es ist nicht... Ich hätte gerne wirklich den Autopatter, weil den kriege ich nur hier. Da ich nicht die Joja-Route gegangen bin. Hast du schon mal Terraria gespielt? Klar, ich hatte es sogar mal 100%. Bis das letzte Update rauskam. Ich werde es auch wahrscheinlich demnächst nochmal hier im Stream im Master-Mode durchspielen. Aber erst, wenn wir mit Stardew Valley durch sind. Ich will nicht zwei so ewig dann geprojektet parallel laufen haben. So, wir haben den Stopp. Gib mir Kohle. Wie viele Spielstunden wird Terraria dauern? Wenn ich habe, werde ich ein paar Items mitnehmen, die uns sehr mühselig gefarmt werden müssten, aber nicht zu spielbeeinflussend sind. Also zum Beispiel das Handy, das goldene Fangnetz und so. Also die Sachen, die man eigentlich nur grindet. Oder halt die irgendwie Tidy-Rare-Drop-Chancen haben, aber nicht wirklich spielbeeinflussend sind. Einfach, dass wir direkt ein paar Sachen weghaben und uns ein bisschen mehr auf die wesentlichen Sachen konzentrieren können. Dafür Master-Mode. Das Handy kombiniert alle Informations-Accessoires, also GPS, Uhr und die ganzen Sachen, die du findest im Laufe deiner Reise, die dir Informationen über die Welt geben. Das plus den Zauberspiegel, der dich an deinen Spawn-Punkt zurück teleportieren kann. Das ist inzwischen, glaube ich, nicht mehr mehr die Endstufe. Okay. Das ist inzwischen, glaube ich. Das soll nicht OP sein. Nein, den Zauberspiegel kriegst du. Das ist das Erste, was du kriegst. Das ist eines der ersten Sachen, die du suchst. Der Rest gibt dir halt wirklich nur Informationen, wie viele Feinde sind gerade im Umfeld. Ist davon irgendeiner rare? Wie tief bist du gerade? Wie spät ist es gerade? Mit dem ganzen Shit. Oh, Monster-Jagd-Ziel erreicht. Sehr schön. Ey, jetzt kriegen wir die prismatischen Scherben ja hinterhergeschmissen. Ich werde am Anfang auch immer den Spiegel haben. Ja, komm, aber am Anfang hast du ja Recall-Potions. Hier eben dann runter. Oh. 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 Sollte es ein Terraria auch in einem Aya-Staat bauen? Boah, Terraria finde ich bauen, ehrlich gesagt, immer sehr anstrengend. Also zumindest, wenn es schön aussehen soll. So einen kleinen Maßstab, okay, aber... Ja, ich meine, ich habe auch immer ein paar halbwegs coole Sachen gebaut, was so meine Basen betraf. Zumindest halbwegs schöne Räume für die ganzen NPCs. Acht Ebenen, das ist schon mal interessanter. Ich will endlich das HP-Upgrade, was wir auf Ebene 100 kriegen. Warte, dich müssen wir eh noch jagen. Die paar Adison-Saurier, die es noch gibt, muss man zerstören. Kann man Werkzeug verzaugern? Ja, inzwischen schon. Allerdings erst auf der Ingwerinsel. Da kann man so eine Art Enchantment machen für seine Sachen. Hallo? Das wird ohne Lapis. Ja, aber dafür mit Cinder-Shards und Charismatic-Shards. Also Dattentons, willkommen zum Stream. Genau, jetzt könnt ihr natürlich mal wieder so ein Ding droppen, damit wir unser Glück wieder aktivieren können. Oh. Jetzt haben wir gerade Glück mit den Löchern. Ich habe eine kleine Facharbeit über Neurodiversität geschrieben, aber das habe ich mir auf ADHS gelegt. Oh, schon wieder kostenloser Kuchen, der jetzt überhaupt nicht eingeschleimt ist dadurch, dass er in einem Schleim war. Naja, ich glaube, das wäre nicht das dreckigste Geheimnis, was die Kids kennen. Also wenn man die beide auf den Herzen hat, dann erzählen die einem ja irgendwie die Geheimnisse der Frühlingszwiebeln und was da alles an Insekten dranhängt. Und danach kann man die Dinger für den 10-fachen Preis verkaufen. Oder was, 3-fach? Auf jeden Fall waren alle ziemlich angewidert, wenn sie das erfahren haben. Ich bin echt gespannt, ob ich die 100-Ebene nochmal irgendwann schaffen werde, also ohne dass ich es maximal forse. Wenn ich die Musik und dann okay. Ich glaube, ich kann bald anfangen, Iridium zu verticken, also das Erz, nicht das Erz, die, ähm, Barren. Willst du eben 100 ohne Treppen machen? Ja. Kannst auch mit dem Minecraft fahren? Ähm, nein, du kannst, es findest halt manchmal Kohle darin, also du kannst manchmal damit interagieren und dann kriegst du irgendwie 8 Kohle oder sowas. Aber du kannst damit nicht, sonst nichts machen. Oh, 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 oh. So, es ist zwar eine Sünde, aber ich werde mich gleich zurück teleportieren. Ähm. Uh, wir haben wieder ein Monsterjägerziel erreicht. Oh, wir haben auch schon wieder die Hälfte der Munition verbraucht, die wir, ähm, gekauft haben. Ähm, als was arbeitest du denn, wenn du so viel Neurodiversität begegnest? Das klingt ja dann schon, als würde es in die Richtung, äh, Psychologie gehen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh! ganz erzieherin ne kollegin auch ja, wobei ich jetzt den beruf nicht mehr ausübe aktuell so 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 Mensch, da haben wir ja die Mühle direkt finanziert. 50-50, so. Oh, ein Seeigel, wie nett von ihr. Oh, ein Seeigel, wie nett von ihr. So, wir müssen echt schauen, dass wir da, äh, hier das, äh, warte ich, kriegen. 50 Holz und 40 Stein. Ähm, jetzt habe ich natürlich mein Handy nicht hier, ne, dass ich das mal ausrechnen könnte. Gibt's einen Calculator dafür? Es gibt einen Resource Calculator dafür? Ähm, warte. Oh, wie heißt das Ding? Reserve Jar. Okay, das Ding funktioniert bei mir nicht. So, 68. 3400. 3400 Holz, 544 Kohle und 2700 Stein. Ich glaube Stein ist das einzige davon, was wir in der Menge haben. Äh, ja, achten hat einer, der hat, er hat Gastgeburtstag. Der mag aber Diamanten. Der mag aber Diamanten, also der ist dann happy. Ja, das stimmt leider. Aber ich sag mal so, äh, ich meine, ich kann es Lea nicht so ganz übernehmen, weil sie halt, äh, weil sie halt schon unter unserem aktuellen System halt auch sehr, sehr viel leisten müssen. Eigentlich viel mehr als, äh, als sie realistisch abverlangt werden kann. Aber auf der anderen Seite, ich sag's mal, äh, weil so, die Dinge hätten, wären die Dinge anders gelaufen während der Grundschulzeit, dann hätte man mich vielleicht auch aussortiert und auf die Förderschule geschickt. Ich hatte da halt an der Grundschule halt noch echt Glück, dass ich halt eine sehr gute Klassenlehrerin hatte. So, die Preise für Holz sind ja so massiv krass. Wir haben nur die Hälfte von dem, was wir brauchen. Und Kohle ist ja auch nicht gerade billig. Er zeigt mir leider nicht an, wie viel, ähm, wie viel Dings, ähm, also zeigt mir leider nicht an, wie viel, ähm, mich das kosten würde, die Zutaten zu kaufen. Wir öffnen gleich mal die ganzen Geioden. Aber wir können, wir können, wo wir schon mal hier sind, wir können das, äh, das Traveling Card checken. Meinst du, die Detektion ist immer förderlich? Ja, eben nicht. Das ist es ja, was ich meine. Also es ist halt einfacher, die Schüler, die schwierig sind, in irgendeiner Weise halt auszusortieren und dann halt mit einer Einheitsgruppe weiterzumachen. Was anderes können viele Lehrer halt auch ehrlich gesagt leider nicht. Wobei man halt dazu sagen muss, es wird halt auch eigentlich, es ist ja die ganze Inklusionssache, was heißt, was heißt neu. Wir sind da in Deutschland auch relativ alleine, dass wir halt so eine krasse Unterteilung in drei verschiedene Schulformen haben nach der Grundschule. Das ist, das haben auch nicht so viele Länder. Ja. 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 liebt das. So, du bekommst nochmal einen Iridium-Baden. So. 250 kostet das sogar. Oh. Das wird teuer, was ich vorhabe. Also wieso sind die Fässer so verdammt teuer? Also ich meine, das Produkt ist ja nicht mehr so, ist ja im Vergleich eigentlich gar nicht mehr so gut. Ich wollte dann sagen, den hatten wir noch nicht. Zwergengerät, warte, haben wir das schon? Ja. So, das Teil brauchen wir aber auch noch zum, äh... Ne? Und so. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wow, jetzt kriegen wir sogar zweimal hintereinander das Dall. Ja, der fehlte uns noch. 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 Boah, das mit dem Geoden aufbrechen, das war echt so ein bisschen anstrengend. Ja, der fehlte uns noch. Okay, was ist das? Hatten wir auch schon, seltene Variante des Opals. Ja, der fehlte uns noch. 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 Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Du magst die Kokosnuss, richtig? Ja. Ja, ich mach mal. Ich mach mal auch noch nicht mit der Expanded Mod spielst. Ich möchte das Spiel einmal... Also, ich hab's vorher schon einmal gespielt. da gab es, aber es war noch vor 1.5. Das war also noch bevor es Perfektion und so gab. Aber ich möchte es halt einmal auf Perfektion bringen und dann mache ich irgendwann mal einen Run mit der Expanded Mod. So, pass auf. Ach, Maru hatte ich schon auf 8, ne? Ich bin bei Expanded immer immer sehr beeindruckt von dem Trailer, was der da schon alles zeigt. Aber ich muss sagen, bei Expanded dann werde ich wahrscheinlich auch diese eine Mod reinmachen, dass man Steuern zahlen muss, einfach dass es ein bisschen weniger snowballt. Und ich werde da die Joja-Route gehen. Also dann mache ich mir da nicht nochmal die Mühe mit dem Community Center und ich da geht es ja auch ein bisschen also da verengert sich ja auch der Ablauf ein bisschen, wenn man wenn man die Joja-Route geht. Also ich habe gehört, da passieren ein paar interessante Dinge. Ich glaube, wir müssen Dust-Sprite äh... Ja, Joja, das Achievement brauche ich danach wahrscheinlich halt noch. Also das wird wahrscheinlich das letzte Achievement sein, was mir fehlt, wenn ich mit dem Run hier durch bin. Ich muss es mal gerade gucken. Da, die, Valley, Dust, Sprite, Farming. Okay, 55 bis 65. Jemals Joja. Also Joja wird schon deutlich aufgewertet wie der Modja, glaube ich. In tiefen Lava. Ich glaube, das wird mir nicht passieren. Ich glaube, das wird mir nicht passieren. War ich jetzt unten? Ja, ich war unten. Ich war unten bei mir, aber den habe ich als erstes gemacht. Ich habe ihn gerade für jetzt die Bistur möchte ich mir auch an, es geht mir auch an, was ich bin. Füß! Die Bistur! Oh, so viel Kohle. Kristallfrucht, brauchen wir nie mal irgendwas hinein. Könnte aus Gelee machen. Könnte aus Gelee fach gar nicht so gut gehen. ish, dass wir Ding ein Piegen hierclips schieben. Mehr genie. Die Tein Heिksel ist wieder gelassen. Rechieben sie? Oder stellen sie Fl major ein Bluskar. Das war's für heute. Oh, die Pflegelammer aus Flügel wollte ich ja eigentlich auch mal wieder gefarmt haben. Also das passt eigentlich auch ganz gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, so viele Dustsprites. Aber so süß wie die sind, muss man eigentlich schon ein bisschen schlechtes Gewissen haben. Das ist ja fast schon wie bei Undertale. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das ist mein Nachbar Totoro. Totoro habe ich tatsächlich bis heute noch nicht gesehen. Also den habe ich schon länger auf meiner Liste, aber ich habe noch nicht die Zeit, den zu gucken. Aber ich hatte Chirichos Reise ins Zauberland nicht auch so Viecher? Ich erinnere mich dunkel. Da waren das Kohlegeister, ja. Ja gut, die droppen ja Kohle. Ja gut, die droppen ja Kohle. Oh, ne Dioden, ja vielleicht sind da auch noch ein paar Sachen drin. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, pass auf, was können wir denn mal hier reinschmeißen? 123, ja, also das ist doch mal ein Ergebnis. Und das Monster-Morschach hat sich auch selbst bezahlt. Oh! Es wird spät. Aber wir nutzen den Monster am Anschluss natürlich jetzt noch voll aus. Also wenn wir die Kohle kriegen, dann kaufe ich den Rest vom Holz einfach. Soll ich den Rest vom Holz einfach mal? Das war's für heute. Europa ist da und umschlafen wir es leider nicht mehr. So, wir müssen gleich dran denken, dass wir auf jeden Fall Gast besuchen und ihm einen Diamanten schenken. Aber ich glaube, er ist wahrscheinlich erst abends verfügbar, ne? Morgen ist es den ganzen Tag sonnig, das ist natürlich total nice. Wenn einer unserer Fische, den wir brauchen, der braucht ja Regenwetter. So, Mohn. Penny liebt das. In zwei Tagen, boah. Und ganz schön lange. Okay, wir haben nicht mehr Schleim gehabt. Ganz echt Energie Toni kommen kann man weg. Gute Nacht Eva, danke für's dabei. So, ganz ehrlich, ich hab inzwischen ein bisschen Angst, bei den Eiern rein zu gucken. Und Rüffel, holy shit, vier Stück und sie sind alle Iridium. Gut, wir kriegen jetzt nur noch Iridium-Dinger raus. Oh, die waren außer Reichweite. Oh well. Ist halt so. Die sind in einem Tag fertig. Ach, die gehen auch nur auf 5000. Selbst ohne Verarbeitung. Lea liebt das, aber wir haben für sie ja den Ziegenkäse. Warte, das Zwergengerät packen wir hier rein. So, Weintrauben für Vincent. Aber erstmal brauchen wir noch Kohle. Also den einen Fisch hätte ich aber trotzdem gerne noch in diesem Stream. Das ist der Fall so. Also den Abstand hat wir auf dem Brett auf den Jackpot. Der Abstand hat mit einem Bildschirm. 快 hin. Wir nehmen uns hier eine Angelegenheit zu sehen. Ich kann gerne hier mit dem übernommen. Wir müssen die Einladung mit dem trucieren. Dann peux dann gerne noch mit dem Tremium. Wir müssen sie sehen. Na komm, da, hallo! Na komm, da, hallo! Na super, jetzt müssen wir es natürlich noch verlangsamen hier. Aber dafür sind diese Ebenen auch auf der Jackpot, wenn es um die Viecher geht. So viele mögliche Spawnpunkte. So viele mögliche Spawnpunkte. Oh! Komm schon! Geben wir einen Ausgang. Als wir vorhin auf dem Weg sind, 10 von denen erschienen. Jetzt, wo ich einen benötige, bekommt keiner. Und mein Inventar hat 48 Slots und ich schaffe es trotzdem, es ist voll. Ich brauche die 250.000 wahrscheinlich dann doch eher früher als später. So. 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 Indischer Glaswärts, die brauchen das doch für nichts, ne? Das ist halt auch eigentlich total worthless. Das ist halt auch nicht. Das ist halt auch nicht. Moment, hier sind noch welche. Und jetzt kommt natürlich zwei von den Ausgängen, ist klar. 214, was habe ich auch da ausgerechnet? 544. Ja, wir sind echt mal annähernd dabei. Irgendwann hatte ich die Hälfte im Kopf, aber ich habe nur mal grob überschlagen, was es kosten würde, die Kohle halt selber zu kaufen. Das ist ja ganz echt, wieso sind Preserve-Jars so verdammt teuer? Also im Vergleich dazu, wenn ich mir die Fässer angucke. Moment. Kosten vielleicht die Hälfte vom Holz. Ich meine, gut, die kosten Kupfer, Aachen und Eisenbarren. Also das sind auch nochmal zwei Kohle. Und sie kosten halt das Eichenharz. Was man, glaube ich, auch nirgendwo kaufen kann. Aber dafür, dass das Spiel sie eigentlich, finde ich, als gleichgerechtigte Optionen präsentiert. Und dafür, dass die Preserve-Jars in den meisten Fällen, glaube ich, sogar noch unterlegen sind, sind sie, finde ich, überteuert. Aber wir sind schon an den Dingern vorbei. Pass auf, Monster-Moshus können wir ja jetzt praktisch immer craften. Also das finanziert sich ja von selber in der Hinsicht. Ach, stimmt, hier ist ja auch noch. Ja, komm, Geister begegnen uns ja auch. Ähm, was magst du nochmal? Also außer der Entenfeder, irgendwas, was wir dabei haben? Tintenfischtinte. Komm, ganz ehrlich, weil wir gerade nichts Besseres dabei haben. Oh, wir wollten die, wir wollten die Mohn, wir wollten den Mohn doch wegpacken. Wollten den doch, äh, Insumix hinterbringen. Dann haben wir nämlich auch das Bulletin-Board fertig und kriegen eine Freundschaft mit allen. Was haben wir hier? Höhlenkarotte, falls es nicht zu viel Arbeit ist. Was willst du mit der Höhlenkarotte? Nein, wir kriegen bestimmt eine hinterhergeschmissen, wenn wir nicht sogar schon eine... Ne, wir haben keine im Momentan, schade. Wir haben irgendwo bestimmt eine über uns, äh, im Hof. Ich werde jetzt nicht hören, ob ich weiß, ob das von mir unterliegen kann, oder ob das mein Normalzustand ist, dass ich jetzt gar nicht mehr gewohnt bin. Das kann ich nicht beantworten. Noch mal pinke Torte, Mensch. So, und damit haben wir schon mal fünf von sechs Dingern fertig. Und kriegen jetzt Freundschaft mit allen, äh, Dorfbewohnern. Not gonna lie, die Tunimos und die Geräusche, die sie machen, sind schon sehr, sehr sweet. Warte noch. So, eine Pizza für den guten Shane. So, die Koffeinsucht muss wieder, ähm, muss befriedigt werden. Und so, dann kriegt er jetzt einen Diamanten. Okay, das bringt ihm nur fünf Herzen. Gut, ich glaube, der, ähm, Bonus von, äh, vom Community Center ist auch nochmal zwei Herzen für alle. Mal schauen, das bringt ja dann auch einige, also Demetrius müsste ja dann auf, äh, zehn sein. Sebastian ist auf acht, dann interessieren uns auch die einige Christen nicht mehr. Shane ist dann auf acht. Best Boy-Crobus. Gus, Linus. Kent ist halt noch, äh... Kent interessiert sich halt noch gar nicht. Jodie, Sam. Seid alle noch, äh, komplett raus aus der Nummer. Winterwurzel. Wir müssen damit noch was herstellen. Warte, die Zwergenschriftrolle können wir verschenken. Hier können wir, können wir verticken. Ganz ehrlich, für Sebastian brauchen wir jetzt auch keinen Obsidian mehr. Irgendwas Interessantes? Irgendwas Interessantes? Irgendwas Interessantes? Mensch, Ektoplasma, das können wir morgen direkt abgeben. Komm, wir nutzen noch kurz Monstermoschus aus. Dann gehen wir nach Hause und sortieren unser Inventar. Essen wir das aus. Dann gehen wir nachher proxy. Dann geht's herzlich willkommen. Tada! Dann geht's nicht mehr. Nein. Dann gehen wir Apfel. Untertitelung des ZDF, 2020 So, der Triple Shot Expresso, den machen wir da. Jade. Können wir auch für Dings, für den Zwerg benutzen. Kristallarium, ich weiß gar nicht, wie viel das für Jade braucht. So, wie viel das ist. Oh, das ist einfach das beste Lied im Soundtrack. Oh, hi! Als Kneipen ist es für mich von allem, was in der Stadt vor sich geht. Ich bin nämlich, dass du damals hierher gezogen wirst. Jeder war sich ein wenig unsicher, was ihn erwartet. Ein Fremder aus der Stadt, eine unbekannte Persönlichkeit. Was tust du da? So, ich muss diesen Topf alle fünf Minuten umrühren. Jetzt hast du ihn mitgeschleppt. Ja, was habe ich gesagt? Äh, ja. Wenn du ein neues Gewürzen zufüge, kannst du alles ruinieren. Das waren aber keine fünf Minuten. Aber andererseits gibt es immer die Chance, dass du etwas Neues und Köstliches kriegst, richtig? Was ich versuche zu sagen ist, es ist toll, dich in der Stadt zu haben. Und ich betrachte dich als einen meiner guten Freunde. Oh. Eine alte Mini-Jukebox. Und wir kriegen noch die Blaupause. Das heißt, wir werden es craften müssen irgendwann. So, das bringen wir gleich dem Zauberer. Das heißt, es spricht jeder in der Stadt über seine enorme Großzügigkeit. Anscheinend sind ein Paket und Gegenstände bei vielen Leuten oft noch, die sie vor Jahren im Gemeinschaftszentrum ausgeschrieben hatten. Und jetzt, äh... Ja, jetzt sind alle happy. Warum auch immer Sam das nicht gut fand? Und Harvey und Alex? Hä? Also, es betraf offenbar nicht alle. Lachsmahlzeit. Wenn ich das hoffe, ist das Einzige Neue, was ich kreiere, Wege, um Menschen umzubringen. Wow. Ach, jetzt ist sie schon wieder hier. Und ich bin einfach teleportiert. Mani, was möchtest du? Ich möchte meine Ziegen dazu bringen, Hallo zu sagen. Aber sie ignorieren mich einfach, wenn ich nicht ihren liebsten Leckerbissen habe. Natürlich Höhlenkarotten. Da ich Angst vor den Minen haben, warte. Höhlenkarotten. Müsste ich doch auch hier haben. Eine. Und dafür kommt sie extra vorbei. Also, die arme Mikrowelle. Da konnte sie doch jetzt gar nicht, äh, ihre Zeit mitverbringen, die Mikrowelle anzustarren. Also, Wein, 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 Wein und Honig. Hallo, Trüffel. Und dafür вот, ich möchte nicht nur den der Eintanen nutzen. Ichsell das aunt. Was ist auf eine tiefgekühlte Pizza vorbeigekommen? Aber nicht wieder mit flüssigem Stickstoff gekühlt, oder? Okay, sie hat noch nicht auf. Dann gehen wir erstmal zum Zauberer. Ich müsste mir eigentlich wieder abgewöhnen, mal die ganzen Sachen mitzunehmen. Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch spontan entscheiden können, was ich mache mit meiner Zeit. Ich habe keine Schattenessenz gerade dabei, ne? Aber der Zauberer liebt doch auch die hier, ne? Ja. Aber wo kam er denn hier in den Keller? Ach, hier. Schreien der Illusion. Ach, da kann ich mein Aussehen verändern. Pizza dich 15 Minuten ausgeschaltet und hofft auftauen lassen. Das klingt, als hättest du etwas vergessen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss das nochmal überdenken. Was hat sie denn jetzt? Ja, ich habe die Höhenkarotte mitgebracht. Wir müssen ein bisschen fast selbst essen. Ähm, ja. Ähm, ja. Also, sieht die so appetitlich aus? Mani ist gar nicht hier. Doch, da. Hello, girl. So, sie liebt Diamanten. So, das heißt, wir geben Jazz mal eben eine pinke Torte. Und dann geben wir Vincent mal ein paar Weintrauben. Genau, hier. Wo wir schon mal gerade da sind. Das ist leer. Auf welcher Stufe ist sie? Vier nur. Dafür, dass ich im Gefühl ständig vorbeigehe mit, äh, mit Ziegenkäse. Oh, das ist mit ihrem Ex. Oh, das ist mit dem, äh, mit Ziegenkäse. Oh, das ist mit dem, äh, mit Ziegenkäse. So, wenn das W cómo ist, es wird mit Ziegenkäse. Okay. Das war's für heute. Die Antworten gefallen mir alle nicht. Das klingt halt auch so, als wären ihre Lebensentwürfe einfach nicht kompatibel miteinander. Ich will mich mehr über deine Idee mit der Ausstellung weggenommen. Ach, das ist schon wieder ewig her. So, ich wollte dir doch den Käse bringen. Also, komm, es sieht von uns aus, als würde er sich hinter einem Busch verstecken. Aber ganz ehrlich, von da aus sieht man ihn problemlos. Ich wollte Emily um eine Verabredung bitten. Ich war in ihrer Tür und alles, aber da habe ich sie kommen gehört und in diesen Busch gesprungen. Den warte ich, bis sie mit Carolyn fertig geredet hat, damit ich mich wieder in ihr Haus schleichen kann. Ich wollte nur sagen, ich habe das gelesen, in ihr Haus schleichen kann. Also, du würdest mich nie wieder deine Werkzeuge verbessern lassen, wenn ich sie nicht frage. Na gut, du musst meine Werkzeuge nie wieder vergessen, weil sie schon auf der höchsten Stufe sind. Räumliches Denken durchgespielt. Sie läuft einfach komplett woanders hin. Und er hat es geschafft. Warte, das ist das falsche Haus. Sorry, Candy, ich muss mal gerade hier rein. Was hattest du? Kaktusfrucht. Davon haben wir auch welche. Sogar eine Iridium-Qualität. Oh, so, und für Vincent. Mama, der lässt mich heute nichts Süßes mehr essen. Oh. Rismatische Scherbe. Warum hat er nur so krasse Geschenke? Strauß fahren die Sotto. Das stimmt nicht mit dem. So, warte, Sebastian ist auf 8, oder? Nein, nicht. Warum nicht? Warum ist er nicht auf 8? Wir bräuchten mal langsam einen Regentag. Was kostet ein Regentotem nochmal? Hartolz, Trüffel, Öl und Kiefern-Tea. Ähm, warte, nee, wir wollten die Ölenkarotte haben. Wenn es nicht langsamer anfängt zu regnen, dann muss ich es wohl forcieren. Ich gehe jetzt total den Umweg gerade. Oh, Linus, Moment, du wolltest Kokosnüsse haben. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Oh, mein Kind. Mensch, jetzt sind wir bei 7 Herzen bei ihm. Ok, Spagetia ist wieder keine Zeit. Das ist das unrealistische an einem Spiel. Du nimmst an so einem Spielteil, was so Dungeons & Dragons mäßig ist und am Ende ist keine Zeit vergangen. Aha. Krieger, heiler, Zauberer. Komm, ich spiele einen Healer. Achso, da geht man ja hier das komplette Ding durch. War nicht in einer Session auch Abigail dabei? Hinter Eingang suchen. Gang zur Linken betreten. Irgendwas wird da ja sein, wenn da Licht ist. Kapseln zerstört und so schnell wie möglich gehen. Na ja, wenn man sie zerstört, dann ist den Gefangenen wahrscheinlich auch nicht mehr zu helfen. Aber es kommt, je nachdem wie schnell der Transformationsprozess ist, fallen die uns noch in den Rücken. was geht da gerade ab? Eine Runde Dungeons & Dragons. Äh, wen heilen wir? Bewertung von C. What? Es gibt auch noch ein Grading-System. Es ist keine Zeit vergangen. Aber was passiert, wenn man es auf den höheren Stufen durchspielt? Das frage ich mich. Also falls das, das wird ja kein reiner Flavortext gewesen sein gerade, oder? So, gewohne Geode und gefrorene Träne darf man nicht verwechseln. Acht von Acht. So. Game inside a game inside a game. Ja, dann kommt das Sequel-Game outside a game outside a game. Da bricht er nicht nur die vierte, sondern auch die fünfte und sechste Wand. Genau. Also vier Dimensionen sind auch einfach, also das ist ja wirklich basic. Oh. 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 Komm schon. Oh. Äh, there is no game. Ja, ich hab das Let's Play von Gronkh gesehen. Boah, dieses Lied. Das war super. My actual code. Also, auch wenn ihr das Spiel nicht kennt, einfach mal reinhören. Das ist einfach mega, das Lied. So, vorne Tränen. Brauchen wir die doch für irgendwas. Eigentlich nicht, ne? Iger Ring. 25, cool. Ihr seid hier high. Aber wir müssen sie auf jeden Fall nicht nur mit uns rumschleppen. Also können wir den Platz eigentlich auch bald räumen. 268. Also irgendwie dafür, dass man gefühlt irgendwie 10.000 Kohle einsammelt, bewegt sich irgendwie diese Zahl nicht nach oben. 178.000 ETWiße Um 188.000 ETW机 ! Oh Was können wir gerade wissen? Jetzt würden die Dustsprites Imperial March singen. So vom Rhythmus her. Elf, wie ich. Das geht so hoch. Diecke? Was hättest du von dem? Ich habe es nicht selber gespielt. Ich muss auch sagen, ich habe nur bedingte Geduld für Point-and-Click-Adventures. Die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, sind halt meistens nicht so gut gewesen. Ich habe es 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 nicht so gut gewesen. Hallo. Oh! Soll es aus, als ich faul bin, um den Boss die entsprechenden Stellen zu finden? Möglich. Oh! Du editierst die Stelle nach hinaus, aber das würde man auch merken. Oh, das ist gut. So, lass mich mal kurz... Den brauchen wir. Dafür muss es regnerisch sein. Dafür muss es im Herbst regnen. Hatte ich jetzt den Fisch... Ja, von 6 bis 14 Uhr, das war der. So, lass mich nicht alleine machen. Okay, lass mich sein. Okay, lass mich. Men da nicht. Das wäre toll. Dann, lass mich. So, lass mich. Das wäre toll. So, lass mich. Ich habe... Ich werde. Ich bin der Schatz zum Strim. Ich bin der Schatz zum Himmel. Wenn du das Audio setzt, geht das, ähm, nein, weil es dann im Bot immer noch, äh, also im Chatverlauf immer noch zu sehen wäre. Ich glaube, da weiß ich ja nicht, wie Video-Editing funktioniert. So, ganz ehrlich, wir brauchen nicht mehr als 50 von den gefrorenen Tränen. Ich weiß nicht, was ich jetzt sagen, seitdem du nicht gezeigt hast, fängst du wirklich eins zu eins aus wie der Sohn deiner Eltern. Dazu müsstest du wissen, wie meine Eltern aussehen, ist dir schon bewusst. Gebratener Aal, gebratener Tintfisch, Bohneneintopf, Blaubeertörtchen. Hast die Nackensuppe. Jetzt kriege ich einfach die ganzen Rezepte geschickt. Fischtako, gleiche Brühe. Mini-Ovalisk. Lassiere zwei auf dem Hof und teleportiere dich zwischen ihnen. Freisilbeersauce. Das ist Luau, warte, das ist für... Ach, da kriege ich auch wieder Friendship-Points mit allen, ne? Das kann man alles reinschmeißen. Geht das mit, äh... Mit goldenem Käse? Ja. Goldener Käse ist perfekt geeignet dafür. Das heißt, das haben wir auch. So, wir brauchen auf jeden Fall ein Regentote. So, das war nicht so krass. Das brauchst du noch fünf Kiefern, Thea. Also, wenn du sagst, ich sehe aus wie der Sohn meiner Eltern, dann repliziert das, finde ich, dass du meine Eltern kennst und einen Vergleich ziehen kannst. Was du nicht tust. Oh, so viele Trüffel. Ja. Oh, so viele Trüffel. So, Trüffel. So, Trüffel. So, wer fehlt noch? Maru hat heute Geburtstag. Ist uns das wichtig? Nein. Ist uns egal, weil sie haben sie schon auf 9. Und auf 9, auf 8, so rum. So, hat er irgendwas Muskelbalsam und Energietonikum? Die sind aber ziemlich teuer. Mittwoch ist Ruhetag, das ist okay. Das steht mir zu, das ist mir egal. Ja, das ist Stardew Valley Logik. Weil sobald sie auf Max Stufe sind, dann geht die Beziehung auch nicht mehr runter. Also zumindest, wenn du nicht aktiv was tust, damit sie runtergeht. Leine, haben wir für dich irgendwas? Nein. Also schon, aber die Kaktusfrüchte sind für Sam. Kampfspüche braucht kein Mensch. Witz Peirleden Witz Das war's für heute. So, pass auf. Ach, jetzt haben wir die dem Zwerg nicht gegeben. So, pass auf. 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 , 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 pass auf, pass auf. , 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 pass auf, pass auf. , pass auf. , pass auf, pass auf. , pass auf, pass auf. , 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 pass auf. So, dann können wir heute doch noch in die Wiener gehen. So, ich glaube die Blaubeeren da werden nicht mehr so viel bringen. Wir brauchen das Pferd. Wer sagt, dass Tigerstar nie da ist? Wenn er Zeit hat, ist er da. Aber ich muss auch sagen, dieser Chat hat nicht viel Moderationsbedarf, zum Glück. Also abgesehen vielleicht von dem gelegentlichen Bot, der mal kommt und irgendwas rein spammt. Aber selbst das hatten wir jetzt schon ewig lange nicht mehr. Teleport-Totum. Okay, ich weiß zwar nicht, was ich mit den Strand-Totems machen soll, aber jetzt fehlt uns nur noch ein einziges Item. Heim! Spannende Musik So, gib mir Kohle. 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 Okay, jetzt ist das hier voll. Wie bekommt man das? Was fehlt mir noch? Ähm, wie bekommt man was? Das Galaxieschwert. Ähm, prismatische Scherbe, damit in die Wüste gehen. Okay. 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 Na ja, geh mal in die Wüste, da wird dir etwas auffallen. Genau, es gibt den Hinweis auf dem einen Grabstein, weil du zwergisch kannst. Sobald ich bei meinem ersten Run ziemlich lange gebraucht habe, bis ich zwergisch konnte, weil ich irgendwie die eine Schriftrolle nie gefunden habe. Also habe ich in die die Edition dollar nie gefunden habe. Sobald ich sehe mal da, ich habe mitЕb caught, ich habe ein Däu. Und so, ich gehe mir nicht klar, dass es ignorierene Frau kommt. Einホम genutzer auf die Däu bet140 was, Der Mikann wird oder auch. Und so invested sicher auf eine katelloinage Ziehen, incluso durch die Baust genutzer des Übers. Echt also auf das Wege die Art von Model auf dem Eleven. Ouh, ich will doch cool. started, ich will doch dann noch nicht bei einer powder auf der Zwischen Ich bin echt gespannt, ob wir es noch wegkriegen, dass wir noch die Deep Reserved Jars craften. Der war noch nicht zwergisch, aber für das Galaxie Shad musst du nicht zwergisch können. Also zwergisch musst du nur können, wenn du den Hinweis haben willst. Der war noch nicht zwergisch. Der war noch nicht zwergisch. Der war noch nicht zwergisch, weil es nicht zwergisch ist. Ich glaube, der war noch nicht zwergisch. So kann ich nicht so nehmen. Das ist alles gut. Das hat sich so eingebürgert. Ich benutze es ja inzwischen sogar selber als Namen für meine Charakter, wenn ich in Scream spiele. So kann ich nicht so nehmen. So, vorletzter Tag für heute. 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 Hatte Ähnlichkeit am Stück Pappe Wie kann man so Das kann man doch nicht bringen Okay, jetzt können wir Kekse backen Und okay, jetzt kommt direkt die nächste Nach dem Konsum einschränken Deine Arme regelmäßig trainieren Jetzt muss ich mich hier schon wieder einmischen Oh, jetzt soll ich auf einmal eine zweite Meinung liefern Ich mach mich unbeliebt So, es ist Uhrstag, Sommer 13 Kein gutes Wetter für Sport Den Hund sieht man aber auch nur in der Katze Ich weiß nicht, was er hören will Ich weiß nicht, was er 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 noch für einen So, wir gehen weiter, bin mal gespannt wie viele Batterien wir da rauskriegen. Oh, Regenschirm. Wer braucht denn sowas? Hallo, ich hab einen Strohhut. Gebiet wimmelt von Monstern. Ja, wenn es die richtigen sind, dann okay. So, wir gehen weiter, bis zum Beispiel. was was guck 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 Hast du eigentlich, dass mein Account wieder erledigt, dass ich mich mit einem anderen gestalten habe, oder dass du es gemerkt hast? Nee, du warst schon ziemlich du selbst. Das war Monster-Moschus, das verdoppelt alle Spawn-Raten. War das eine andere Teil-Einspielung? Keine Gewollte. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr als 30 Kohle. Das können wir heute auf jeden Fall noch schaffen. Ich habe gerade gesehen, vielleicht noch wie viele von WDM wir noch töten sollen, aber... Offensichtlich nicht. Stell dir mal das her, das Rezept kriegst du, wenn du eine von den Spezial-Quests für den Zauberer machst, also die du auf dem schwarzen Brett wo du dir immer von 2 eins aussuchen musst. Machst du eine Quest von machen für den Zauberer und dann kriegst du das Rezept und dann kannst du das aus dem Federmausflügel und dem Schleim craften. Wo Gronkh holt das Song? Mir wäre neu, dass ich jetzt Gronkh heiße. Hm. 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 Okay. Hier ist nichts. . Oh Das war's für heute. so kohle 555 die stimme aussagen hier von pizme hat heute total getrollt weil er irgendwann wegen hier neue dokumentation und wie lewis hamilton kriegt wie potenziell drei seiner weltmeisterteile ab erkannt bekommen ich dachte mir so was ist was ist denn jetzt ich bin überhaupt nicht mit der formel 1 drin aber ich dachte so wort habe ich auch extra auf wikipedia und am ende war es mit der stimme von stimmel von pizme hat ich meine wenn das jemand die faken will von mir aus anscheinend ist das ja ziemlich trivial zu machen jetzt so Oh, oh, oh. So, wir craften einfach mal noch mehr Monster-Moshoes, ich habe das Gefühl von dem Zeug kann man eigentlich nicht genug haben, wenn man mal wirklich Monster farmen will. Äh, ich will mal gerade wissen, fehlt uns noch irgendwas Wichtiges an Fischen. Herbst, Herbst, Winter. Jede Jahreszeit, Standorte Minen-Level 60, Minen-Level 100. Wüste, egal wann. Sommer-Waldfluss, okay. Das müssen wir uns auf jeden Fall noch drum kümmern. Boah, das ist gerade super anstrengend. Bummer? Ähm, aber woher? Wo soll man den fangen? Hä? Jetzt muss ich... Die hatte ich doch alle schon. Die... Hä? Am confused. Ja gut, und die sind auf der Ingwerinsel. Ja gut, und die sind auf der Ingwerinsel. Da. Oh. Also, ich muss sagen, ich muss... Ich muss jetzt auf der Ingwerinsel sagen. Wie ist denn hier? Wir spielen hier in der Ingwerinsel. Aber als Sie ist, in der Ingwerinsel, wie sie wö知inigt. Ich muss jetzt auf der Ingwerinsel sein. Und das ist eine Aune. Aber ich soll nicht die Nachwirkung überlegen. Wie soll man das auf der Ingwerinsel? Wie soll das? Wie soll das nicht? Wie soll das? So, wir haben es. So, was haben wir? Okay, Stein haben wir genug. Holz wird problematisch. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte. Und Holz ist teuer jetzt im zweiten Jahr. 50 Gold pro Stück. Wir haben 2500. Ungefähr. Wir brauchen noch 1000 mehr oder 900 mehr. Das ist eine teure Angelegenheit. So, im Grunde genommen ist dieser Baum gerade 1000 wert. Ach, ein Meteorit. Das ist eine teure Angelegenheit. Das ist eine teure Angelegenheit. So, dass die Bäume wachsen mögen. So. Das kostet aber auch nochmal der Baumdünger. Fasern und Stein. So. 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 So, und dann hier nochmal die 200 rein. 2819. Da brauchen wir knapp 600 Vols noch zusätzlich. Die lassen sich einen Sturm nähern, das ist sehr, sehr gut. 30 Heu, wie nett. 30. 30. 30. 30. 30. 31. 31. 31. 32. 31. 32.. 32. 33. So, 13 Iridium Sprengler. So, Sternfrucht. Schon eine Nacht, fast noch lange. Nein, wir machen nur noch diesen Tag. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, wir haben noch ein paar Vänerhäuser. So, das war's. 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 so jetzt einmal hier oben auffüllen ich glaube ein Fass wird es doch zu wenig weil ich das Fass, was davor steht, nicht eingerechnet habe ne, ist korrekt oh, ich habe sogar für eins zu viel eingeplant ich brauche nur 67 Moment Moment also eigentlich ist es jetzt total dumm, das Holz kaufen zu wollen also es ist halt eigentlich viel zu teuer so Also wir gucken gerade erst mal nach der Goldmarkredel. Wobei es hieß Waldfluss, Moment. Guck! 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 Ach, Clint. Ach, Clint. Oh, das sind so zahlt immer Werbespots. Jetzt kann er auf einmal sein Text. Günstiger als Wasser. Sind wir jetzt in dieser einen Stadt, ist das nicht wahr, das Mexiko, wo Coca-Cola irgendwie einfach Wasser komplett ersetzt hat, weil Coca-Cola da produziert. CREATIVE hat wieder krasse Ideen. So, warte, wir wollen Waldfluss. Der Waldfluss ist aber drüben. In dem Wald müssen wir sowieso zum Holz hacken. Ich kaufe kein Holz, das ist Blödsinn. Hi, Jess. Also, Jess akzeptiert einfach einen riesigen Kuchen. Gut, was heißt, ein Fremder bin ich ja jetzt für sie nicht mehr, aber trotzdem. So, niemand hinterfragt das. Ich muss auch echt mal wieder vorbereiten, dass ich Dings kriege, dass ich Föder kriege. So, Goldmakrele, brauchen wir hier irgendwas? Nein. Ich hoffe, die Bomben haben niemanden getroffen. Hm? Hm? Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik So, den Qualitätsschirm Ich glaube, brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, wir brauchen Platz im Inventar. Wir müssen für viel, viel mehr Holz sorgen. Ja, wir müssen für viel, viel mehr. Ja, wir müssen für viel, viel mehr los делать. Unsere Kranze Oh, warte, das muss, das muss hier bleiben, weil sonst sind die hier nicht versorgt. Oh, warte, das muss hier sein. 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 Warum sind die eingeschwärzt? Das ist gerade auch, hier zieht eine Wolke drüber. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ich verkauf's schon items? Ich kauf die ganze Zeit items. Warum denkst du so viel Geld? Ich bin mal gespannt. Und wie viel jetzt hierbei rumkommt. Also hier rum. So. Und hier. Dann kommen die weg. Guck. Guckt euch das an. Guck. 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 sechs stück sie kriegen wir heute nicht mehr hin wir haben sogar nur zwei tage wir können euch den rest von diesen blaubeeren sogar mal aufbewahren sind hier irgendwo noch bäume die wir weg machen können scheint nicht so gut 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 So, hier gibt es glaube ich keine Bäume, also keine, die man fällen darf. Ne, die gehören auch zum Grundstück. Ey, die haben wir in letzter Zeit ziemlich vernachlässigt. So, wieder. Hier, die Goldmakrele benötigen wir nicht. Schnecke ist verwinzelnd. Refined Quartz. Kristallboden, Kristallpfad. Können wir damit irgendwas... Okay, Kristallpfad haben wir noch nicht. Okay, aber Holz müssen wir definitiv mehr drauf schauen. So, ab ins Bett. Okay, das haben wir schon. Äh, ja. Also, das ist nur die erste Ernte. Also, ich glaube, wir kriegen im Sommer das nächste Rucksack-Upgrade. Aber, das machen wir nicht mehr heute. Wir sind jetzt schon wieder fünfeinhalb Stunden dran. Der Spaß ist nun vorüber. Ich danke fürs dabei sein. Und ja, ich muss mal gucken, ob ich am Donnerstag streame und was ich am Donnerstag streame. Es gäbe ein Spiel, was ich... Also, ich würde es nicht nur im Stream spielen wollen, aber ich würde es im Stream gerne ausprobieren. Ansonsten muss ich mal schauen. Ich danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.